Guten Morgen alle zusammen. Also exakt hier bei dem alten Fußgängerüberweg ist jetzt die Sperrung durch und die Ampelanlage wird deaktiviert oder ist deaktiviert und ein Zebrastreifen wird installiert. Und das hier hatten wir schon erwähnt, der neue Zugang für die Taxifahrt zum Standplatz Südausgang. Schauen wir mal, wie es auf der anderen Seite der Sperrung der Straße am Flussgarten aussieht.